Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Animal Crossing. So, jetzt haben wir natürlich das Spiel Ostern. Dann erstmal euch alle sammeln, frohe Oster. Und heute werde ich mir erstmal die Ostereier suchen. So. So, dann fangen wir sofort mal an. Dann gebe ich erstmal die 5 Eier. So. Erstmal gucken wir mal, welche Briefe ich bekomme. Ich hole dafür kurz mal den Stiff. So. Dann kurz wieder Menü. So, Briefe können wir hier öffnen. So, dann können wir dann den Brief mal lesen. Also, irgendwas ist am 8.4. So. Okay, können wir weitermachen. So, dann konnte ich halt irgendwie das Item so wechseln. Also. Gut, ich schaufe. Na, natürlich so. Also, hier habe ich schon mal ein Ei. Ihr habt ja von einem Kommentar gehört, man kann sogar selbst in dem Wasser Eier bekommen. Das wusste ich dann auch gar nicht. Mann, Mann, der hat rechts. So, dann sammeln wir erstmal die Eier. Es geht darum, man muss der Osterhase halt eben Eier geben. Und wenn wir genug eingesammelt haben, werden wir wieder auf dem Markt platzieren, die auf jeden Fall abgeben. So. So. Kannst du die ganze untereit machen. Jetzt haben wir ja genüge Zeit. Da können wir die ganze Stadt mal wieder schön machen. Also, heute findet man hier nur Ostereier. Finde ich schon mal sehr gut. So, ihr könnt gerne mal in den Kommentar posten, ähm, was ihr so von Ostereier, ähm, also bekamen habe. Ich glaube, man bekommt da so Möbelstücke. Wenn ich die Maus dann komplett erweite habe, also auf die nächste Stufe dann. Wenn ich die auf jeden Fall mal abgebe. Also, wenn ich die Maus weiter habe, auf jeden Fall da die Osternmöbel rein mache. Sobald ich dann genug habe. Das holen wir mit. So, koste mal hier wieder rein. Das packen wir kurz mal weg. So, mir gebe ich kurz die Eier ab. Pfff. Oder? Pfff. 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 Okay, ich glaube wir brauchen nur ein paar Eier. Der hat uns kurz um die Spielregel geklärt. so sagen wir kurz mal die Eier, ich glaube man braucht fünf von einer Farbe so Essen will ich natürlich nicht Okay, ich gebe mir kurz wieder hoch So, sammeln mir die Kosten ein, brauche ich jetzt alle Oster So, da bekommen wir bestimmt wieder was Ja So, hier haben wir glaube ich nichts mehr Okay, machen wir kurz mal alles sauber Ist dann nur blöd nachher, wenn wir jetzt so wenig Platz habe Das kommt bestimmt nachher noch, dass ich eben halt so wenig Platz habe Ich sagte mal, da gehe ich erstmal runter und suche uns da die Ostereier Okay, gut Gehen wir da einfach mal weiter Ich habe gesagt, man muss fünf von einer Farbe schlau mit abbringen, also hin liefern Das werden wir dann gleich mal versuchen Ich müsste dann eigentlich schon fünf eine Sorte haben Sogar ein Fossil werden wir später abgeben Gut, wenn wir schon oben sind, geben wir jetzt mal das Fossil ab Und danach mal die Ostereier Na So, hier wird das Museum So Gut, haben wir noch nicht gespendet Dann werden wir das sofort mal machen Okay, sehr gut Jetzt werden wir bei den Osterhasen gehen und die ganze Eier abgeben Also abgeben Ich hoffe mal, dass wir die richtige Eier haben für ihn Also genüge Eier So Dann erstmal hier Oder das hier Okay, nochmal ein Fossil Aber jetzt werde ich erstmal die Ostereier abgeben Ich glaube, fünf Dörfer, die ich eigentlich schon habe Ähm, die man austragen kann So So Also Sie können nur eine Eier auswählen Wir können nur eine Eier auswählen Okay, wel, mit Cosma abgeben. Okay, wir können nur ein Ei abgeben. So, wir können gerne mal hier rein schreiben, ob man dafür was bekommt, wenn man die Ostern abgeben tut. Ob man die Möbelstücke oder das was man halt von ihm bekommt, direkt von ihm bekommen tut oder später per Post. Könnt ihr gerne mal sagen. Okay, das Schleißerei kann man nicht mehr abgeben. Wenn man sowas gefunden hat. Okay, guck mir einfach mal weiter. So, mach mir das mal. Okay, Moment. Okay, ich weiß, wie es geht. Man muss, glaube ich, von Traben und von Steinen und von Angel und von die Schleuder jeweils ein Ei bekomme und dann bekommen wir irgendwas. Nur blöd. Da fehlt mir eine Schleuder. Ich hoffe mal, dass er mir die angeboten hat. Okay, leider sehr blöd. Jetzt hat er keine Schleuder und ich besitze auch leider keine Schleuder außer die Angel und den Käser hier. Okay, gut. Gehen wir kurz wieder raus. Das Fossil könnt ihr mir dann da vorne abgeben. Schleuder. Gleich werde ich dann mit euch nur angeln. Und die nächsten paar Tage werde ich mir denke mal einen Kästler kaufen. eine Schleuder meine ich. So, spenden mir kurz mal. So, dann werden wir jetzt mal angehen. Dann können wir ihnen das letzte Ei bringen. Leider kann ich damit die Schleuder im Moment nichts machen. Weil ich keine habe. Ich denke mal, das werde ich für das nächste Jahr machen. Wenn ich dann die Schleuder im Moment nichts kaufen werde. Schauen wir mal, wie viel Geld habe ich dabei. Hm, 2000. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.